die Erkennung Jürgen Leere wir sind hier wieder beim weiteren Let's Play Resident die sich und den hier bei dem Kondom Raum ja gibt es noch ja ich weiß sie will ausgeboten kann ich gesehen Oh yeah, Panzerglas schon wieder? oh wie auch man kann mit dem Spiel Mori, es wird ja nur poppen guck mal, wir haben noch Kassenbon-Gun hier komm lass mal weiter chillen hier, weiter gehen naja wo bist du dann? okay ist bestimmt wieder so ein Rätsel 201 201, merken 201 201 es bestimmt immer angehen wenn wir uns hier mal angehen ne ich wette müssen ganz zurück vorhin wenn die Duma zurück ich suche hier oh je ist natürlich ja ich weiß kann verschlossen ohne hinsehenlos um zu können also das war die Tür zurück wir dürfen gar nicht umgehen wir dürfen nicht zurück ah hier ist so ein Schalter 201 war das ne ja ja was liegt denn da wieder so ein Ziel ja wieder so ein Ziel wieder so ein Ziel wieder so ein Ziel rattern 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 alter es ist jetzt der EDER hier kann ich da leertes drücken wenn wir die Story von Lian erstmal durch haben wir gehen da die Reihenfolge von oben nach unten durch Lian zuerst, Ada zuletzt auch wieder mal eine Pause zwischen dass wir mal eine Woche lang oder zwei längere Pausen vielleicht mal einen vollen Monat oder zwei besser dass man dazwischendurch auch was anderes machen weil wenn man so viele Let's Plays auf einmal hat dann vernachlässigt man eins, weißt du? mhm, verstehe ich was machst du denn schon mit deinen Optionen? Lass mich wie lauter Spielern nur gemacht ist, ne? ja, das ist mir bei der Träste ist auch so aufgefallen, oder? ich glaube, es ist allgemein, dass ich mich wundere, dass gerade nur, warum du gerade so ein bisschen leiser bist wie sonst jetzt schon wieder oder was? ja mhm, eigentlich generell leiser wie sonst in den anderen Parts ja, das ist das Hetze, wir spackt mal rum, mal nicht dann spackt es doch wieder rum und weiter mal ja, ja, es geht wo müssen wir denn hier lang? ganz ehrlich, keine Ahnung die wieder hoch guck mal hier sind gefroren oder so weiter nein guck mal hier wo ich gerade bin komm mal zu mir er kann ich das nicht einen Friedhof da war noch als immer so wichs Hunde ja so jetzt ist hier einer gerade voll eingesperrt und so ich hab's ja das Leben gesteckt die Außenrum oder wo kommt der her auch hier was hast du denn gemacht er hat er schon wir müssen irgendwie rüber eine ich habe die Sprung nicht mehr entlang wie bekommt die denn alle ja wie sie sich mit ich verschaffen wo kommt die wohl her Scheiße, ich glaube, das war ein Fehler. Jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Ich komme hier nicht mehr hoch. Ich habe Kackiers gebaut. Aber warte, ich komme. Oh, geil. Oh, geil. Oh, geil. Oh, geil. Oh, geil. Oh, geil. Komm, wir müssen wieder zurück. Scheiße, geht ja gar nicht. Aber wir müssen, ah, okay. Jetzt verstehe ich den Sinn hier unten von. Maurice, komm, wir müssen hier runter. Alter. Hat der mich jetzt gekillt? War nicht so. Ach, ich bin so. Ich kann nicht passieren, du. Keine Muni mehr. Loll. Na komm, na komm, na komm. BANG! BANG! Boah, hier ist schon wieder so ein. Leute, hast du mich gerade abgeschossen? Echt? Oh, hier, guck mal wieder. Hey, das meinte, let's play Johnny Cryo 4. Ja, kann sich hier mal einschreißen. Ja, da, da Cryo 4 scheißer, ich habe nochmal ein Stückchen mehr ein, wie ich bei Dead Space. Und Dead Space ist schön. Odo Mega Lutscher. Oh, Junge. Nichts gegen der Schwarzen. Ich habe Mega Lutscher gesagt. Ach mega. Heizerer, als verstanden. Ja, dann, 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 dann. Nee, wie ist der? ja auch oben geworden Führung, Führung, hallo hier müssen wir rüber ach so jetzt war es auch wo wir müssen die Teamarbeit machen wie jetzt? hier oder was? Nein, stell ich mal hier hin, ja hier V drücken ich kann ja gar nicht so, ach doch hier V oh shit die ist bei mir äh das ist oh was nieder, oh jetzt hab ich nieder gesagt ja, als kommt er mit der Axt ja auch noch ey Digga, ist schon eine Versammlung oder was? oh wie geile Party, fuck Moris, du musst schnell hier rüberkommen ich kann nicht, gegenverkehr und dann V wo hinter uns ist die Zahn ja, B ich schaue einfach enthalten ich spiele mit Kontrollen, schlafen also ganz ehrlich wenn du Dead Space durchgespielt hast, da kackst du dir hin Alter da ja da ist mir gar die stück frei da wollte ich gerade schon wieder so einer packen ich weiß schon wie ich den partnern kanalisation und den davor nenne ich keine Ahnung ich hatte nicht aufpassen da unten auf der Erde okay das heißt Park schon wieder zu Ende nennen ja wenn die Zeit reich ist dann ist aber ich will sagen also wenn es jetzt ungefähr für die Stunde war dann ist es das Ende bei diesem Part so aber nicht für euch ein kleines Schnittchen weil für euch geht es nämlich gleich weiter mit dem genau diese Scheiße jetzt haben die Schnitt hier gesagt das wollte ich gar nicht ja und Ciao Ciao hat rein